. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich würde gerne 50'000 bitte. Mhm. Also 50'000 schützen Franken? Das ist für meine Enkelin. . Grüezi, das ist die Türchen der Everywhere Schweiz AG. Wenn Sie einen Internetanschluss haben, kostet das schon mal nur 25 Franken, ohne dass Sie den benutzen. Und das wäre bei uns nicht. Aber geil spielt Ihnen schon eine Rolle, oder? Sie zahlen nicht gerne zu viel. Das Internet ist so los. Ich muss mal, ähm ... ... in der Schweiz, everywhere, alle. Ja, ich habe jetzt einfach Internetprobleme. 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 . 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 5, 6. Police 1, 1, 8, 9. 7, 2. 7, 2. Haben Sie das Internet? Ja, jetzt habe ich es. Super. Ich bringe es wie in den Kopf. Ich habe es schon wieder. Und was ist Ihr jetziger Kontostand? Super. Super. Super.